Ja, wenn ich Ihnen noch mal was zu unseren Materialien erzählen darf. Die Wohlmobilindustrie benutzt ja meistens das Pappelsperrholz, was sehr beliebt ist. Pappelsperrholz ist sehr leicht, deshalb wird das verwendet. Wir benutzen allerdings ein anderes Material. Wir benutzen eine Birken-Multiplex-Platte, die wasserfest verleibend ist. Auch beschichtet mit einer Phenolharzschicht, genau wie das Pappelsperrholz. Bei uns allerdings transparent. Dadurch können Sie Kratzer auch wieder ausbügeln, sodass man sie nicht mehr sieht. Wenn ich das ganze Modul aus Pappelsperrholz fertigen würde, würde ich 5 Kilo einsparen, was bei 700 Kilo Zuladung aber kein Thema ist. Mit Pappelsperrholz könnten Sie solche Lösungen mit den Tischbolzen oder auch eine Klappe, auf die man sich draufsetzen, nicht verwirklichen. Alles würde ausreißen. Deshalb verwenden wir Hölzer, die sehr viel fester sind. Vielen Dank. Vielen Dank.